Schnell, ich bin mal ein Marsch. Na, Miss Schweiz, möchtest du dich vielleicht mit dem Yeti über kalte Klimazonen unterhalten? Ach, Max, hab ich fast vergessen. Die Kamera. Ich denke, du wirst befriedigt sein. Ich hab auch ein Video gemacht. Warum trägst du zwei Mämpel? Selber Grund wie für zwei Kondome, falls einer kaputt geht.